Ja, hab da was. Hast schon ausgewählt, ja? Ja. Ich war da. Ich kann mich nicht entscheiden. Tja, überleg mal. Wuhu! Richtig gut. Richtig gut. So, und jetzt haben wir wieder in der Sushi-Bar. Hab ich das richtig gesehen? Geil, Alter. Aber echt gut, dass wir das mal zwei miteinander kriegen. Das beschwärmen wir uns immer, weißt du? Ja. Muss durch. Wieotisch durch. Wui! 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 Was macht nicht mehr wui? Wui! Wui! Tag. Dadurch sind schonmal raus. Geh hier lang. Ui! 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 So. 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 Dann dreht ja alles ab. Nope. Äh, Teller. Ui! Ui! Alter, wir haben schon 269. D-d-d-d läuft! Läuft. Hey, was hab ich denn jetzt genommen? Die Feuerlöscher. Ui! Warte, fertig. Sorry. So. Und als nächstes wieder Fisch. Warte, brauchen wir nur Fisch am besten. Dann haben wir Zeit. Boah, nice. Ui! Eine Jagd schon hier. Oh Gott, hä. Weil wir dann so einfach anfangen zu schweigen. Ja, wenn man sich mal konzentriert, ne. Dann, äh. So. So. Wuhuu. Gott, das war irgendwie jetzt voll die falsche Richtung. Ah, Alter, ich leg diese Gurke immer auf diesen Tisch. Oh. Zum Reis! 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 Oh. Gott, ich war jetzt grad so gespannt. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich musste zugucken. Hahaha. So, da ist die Gurke am Start. Daaa nicht. So. Ups. Ups. Wo willst du denn hin? Na, wasch doch mal die Teller ab hier. Dann liegt immer noch Reis rum, ne? Ja, dann, dann mach den doch mal hübsch. Dann mach mal den jetzt mal hübsch. Äh. Ui. Zeit hoch und so. Ui. Uuu. Ja. Da hinten wird noch ein Reis fertig. Mach den, Fisch! Ja, ja, ja. Mach den, Fisch! Da. Ih. Weg, weg. Nein! Uuu. Ach, alles gut. Mensch, ich dachte, das wäre jetzt sonst, sonst wie knapp. Ja. So. Siegruing. Ja, 625. Hahaha. Lockerflockig. Hahaha. Wir haben's geschafft. Hui. Und? Oh. Hahaha. Hahaha. Ich dachte, nee, er war jetzt nicht synchron. Dann sagen wir einfach mal, hello. Hahaha. Nächstes Mal klappt's hier mit unserem, unserem Synchronspiel. Ja. Hahaha. Hahaha. Da, da hatten wir zufällig Sushi. Ja, ganz zufällig, ne? Du, 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 du. Wenn du schon sagst. Hahaha. Zeichen richtig gedeutet. Zufällig Sushi, ja, das war ganz schön. Ja, ja, ja. Das war so ein Hinweis. Ja, ja, ja. Oh nein, die hasst Map. Ah. Ah. Aber wenigstens gibt's da keinen Unterschied. Aber es ist wieder Backen. Ja, ich hasse Backen. Ja, hier die Musik, die passt der Einwand. Ja, das ist ein bisschen frei, oder? Du, 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 du. So. Nein! Ich war zu langsam. Äh, blöd. So, jetzt mixt das Ding da vor sich hin, weißt du Bescheid. Läuft ja schon wieder gut. Müssen wir das Backen? Ach, scheiße, wir müssen es ja wieder Backen. Äh. Ich hasse Backen. Oder Graten. Oder eins vorbei, ne? Ich glaube, das, was du jetzt gerade in den Ofen gepackt hast. Ja, was ist denn mit? Das steht um die Pfanne. Oh, scheiße. Hahaha. Ich hasse Backen. Oh Mann, jetzt können wir das ja wieder nur wegschmeißen. Ja. Ich krieg die Krise. Wow, und ich hab mich auch gleich mal rausgeschmissen. Läuft er hier schon wieder. Ja gut, ich steh mit meinem Ei bereit. Ich hab schon fast das ganze Rezept wieder geholt. Ja. Holt, ja. Das, das, das läuft. Ich zieh rum und da rum. Äh. Aber Karten brauchen wir grad noch gar nicht mehr. Uh, ich hab's versucht. Mhm. Hat's gut klappt, ne? Ja, ja, das Ding stirbt da gleich. Oh nein. Ach, 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 ach. 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 Huiiie. Hä? Ach, ne. Was? Doch. Ist egal. Alles gut. Ich dachte, ich zeig mir das Rezept verkackt, aber nein. Ne. Alles, alles gut. So. Da hast du ein anderes Rezept gemacht. Ja, ja. Ah, okay. Na gut. Ich erkenne das Problem. So, das muss jetzt in den Ofen, das, was ist das große, ne? So, aber hier ist gerade auch das Ding fertig geworden. So, das kann rübergebracht werden. Und das haue ich in den Ofen. So, jetzt muss gleich jemand beim Ofen sein. Ich haue mal noch eine Rübe hier rüber. So, ich warte, es hier rauszuholen. So, hey, wir haben so einen richtigen Kuchen fertig gemacht. Ich bin voll stolz. Oh nein, und jetzt hier dieser Weg, Alter. Oh Gott, bitte lasse ich nicht weinen, bitte lasse ich nicht weinen. Uh. Ah. Ah. Ich dachte, ich kann es noch rüber schmeißen, aber ich weiß ja nicht, wie schmeißen geht. So ein Quark. Ich wette, es steht schon 3000 Mal in den Kommentaren so. Drück doch das, man. Ja, wirklich. Damit kannst du viel schneller laufen. So. Oh nein. Hängengeblieben. In die Kante gestolpert, war nicht so gesund. Äh. Ich brauche wieder Mehl. Ich nehme mal die Teller hier mit. Ja. Oh nein, ich nehme sie nicht mit. Ja. Wäre geil, wenn sie jetzt gewaschen irgendwo rauskommen würden. Das wäre ja ein Träubchen. So, warum habe ich jetzt die Karotte in der Hand? Ich habe keine Ahnung. Bei mir war es gerade einfach unsichtbar. Ach nee, ey. Also mit dem Backen komme ich echt nicht so klar. So, was haben wir jetzt. Das muss in die Pfanne. Nicht ausschneiden, sondern in die Pfanne. Ich habe noch einen Teller geholt, aber es war zu spät. Ich bin untröstlich. Ach, Mensch. Ein Fehlgeschlagrezept. Übersetzung. Fehlgeschlagrezept. Ach, lol. Ach, ja. So, so ist das. Hey, ich habe was gewählt. Wenn es so schnell geht, dann weiß ich mal schon. Ja gut, das war jetzt wirklich nicht schwer. Zunächst mal lasse ich mir voll Zeit so. Ohne Witz. Zunächst mal wähle ich irgendeine Map aus und du musst raten, welche es ist. Okay. Ich bin gespannt. Oh, nicht schon wieder hier, ey. Gibt es ja gar nicht. Weißt du, die ganzen anderen Map, weißt du, die wir haben wollen? Ja, wirklich. Kriegen wir nicht. Und die hier, die geben wir uns durch dreimal. Bring du mal den Reis da rüber. Ja, wirklich. Mittlerweile bin ich da voll firm drin. Äh, was habe ich denn hier gemacht? Hä? Nein, du musst da lang. So, das muss da. Ja, so. Der Reis. Hui. Der Reis ist glaube ich fertig, ne? Ja, ja. Hm, Alter, top. Der Reis hat schon. Ich mach mal ein paar Zelle. So, ja, gute Idee. Hui. So, okay, wir haben jetzt alles, was Reis betrifft, aber den Rest wieder irgendwie nicht. Ja. Typisch. So, die Gurke hier schnüppeln. Ja, Topf, ja, Reis. Hör auf Kumpenmeckern. Hm. Hä? Oh Gott. So, Fisch. Hui. Hui. So. 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 Mensch, wir sind gerade richtig gut, finde ich. Ja. Vielleicht ist der Trinkgeld mal vier, ne? Das läuft hier gerade. Alter, die Lommarinner. Okay. So. Dann kann man irgendwie bessere Sprüche machen. Äh, mach mal hier. Hui. 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 Wurde ich auch gerade holen. Läuft. Eee. So. Zack. Oh. Kann man laufen. Oh, halb weht. Hui. Mann, Feuerlöscher. Wurde ich mal mit dem Zeichen hier rein. Hui. So. Oh, ist das auch hier? Äh. Hey, was machst du hier mit mir? Boah, das ist wie die Gonzales, ey. So, ich hab noch einmal Fisch. Einmal Gurke. Ja, ja, ja. Oh. Zack, zack. Raus damit. Und ist auch raus. So. Aber wir haben kein Reisfertigkeit, gar nichts, ey. Nee, schaffen wir gar nicht. Ja, gut. Der hat mal jetzt den Fisch... Nee, der reißt das nicht rechtzeitig fertig. Ja, ja. Ah, 701. Ja, mein Gott, Alter. Wir, wir toppen uns hier jedes Mal selbst. Vor allem, das Trinkgeld hat uns richtig, äh, richtig gut was gebracht. Hallo. Oh Gott, das wollte ich gar nicht machen. Oh, nee. Bis zum nächsten Mal.